In diesem Video zeige ich dir eine Funktion, die super ist, wenn es mal stressiger ist, nämlich unseren Rezeptbaukasten. Damit kannst du ganz einfach Rezepte kreieren, die exakt zu deinen Werten passen und dich deinem Ziel näher bringen. Wie du weißt, ist unser Ernährungsplan ja immer genau auf dich angepasst. Und das hier ist zum Beispiel mein Ernährungsplan. Und wenn ich jetzt auf Rezeptbaukasten gehe, dann öffnet sich dieses Fenster, wo ich drei Möglichkeiten habe. Ich kann eine Proteinquelle, eine Fettquelle und eine Kohlenhydratquelle auswählen. Und das Ganze dient dazu, wenn du zum Beispiel noch ein paar Zutaten zu Hause im Kühlschrank hast und es wirklich schnell gehen muss, dann sagt dir der Baukasten genau, wie viel du von welcher Zutat brauchst, damit du perfekt deine Nährwerte erreichst. Ich gehe jetzt mal auf das Dinner, das Abendessen und wähle als Proteinquelle zum Beispiel Hähnchenbrust. Schau mal, da ist sie schon. Und als Fettquelle zum Beispiel Kokosöl. Und dann habe ich zum Beispiel noch, sagen wir, Brokkoli zu Hause im Kühlschrank. Dann wähle ich den und mir wird automatisch berechnet, wie viel ich brauche. Relativ viel Brokkoli, weil er hat wenig Kohlenhydrate, nicht so viel Hähnchenbrust und bei mir ganz schön viel Kokosöl, denn ich selber ernähre mich ketogen und brauche auch sehr, sehr viel Energie. Aber diese Werte sind wirklich komplett individuell für jede einzelne Person. Hier sehe ich nochmal, wie meine Nährwerte da zusammengesetzt sind. Und genau das passt eben exakt zu den Werten, die ich brauche, damit ich mein Ziel perfekt erreiche. Und bei mir persönlich ist es eben mit mehr Fett für viel Energie, weil ich mich sehr viel bewege und viel Energie verbrauche. Bei dir kann das komplett anders sein. Und diese Funktion ist super, wenn du unterwegs bist und vielleicht auch im Supermarkt etwas hast, wie zum Beispiel Nüsse, hartgekochte Eier und Cocktailtomaten. Damit kannst du dir in kürzester Zeit perfekt raussuchen, wie viel du brauchst. Und im Supermarkt musst du es natürlich nicht abwiegen. Du kannst es ungefähr Pi mal Daumen machen und kriegst mit der Zeit ein immer besseres Gefühl dafür, wie viel das tatsächlich dann ist, wenn du es in der Hand hast. Also du musst bei uns nicht immer alles bis in die Ewigkeit abwiegen, sondern wir wollen dir das Gefühl dafür geben, welche Mengen eigentlich richtig sind für dich und dafür sorgen, dass du immer perfekt mit allen Nährstoffen versorgt bist und deswegen dein Ziel sehr schnell und sehr gut erreichst.